Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Videoreihe Vorbereitung auf die IHK Abschlussprüfung im Fachbereich Wieso. Im Rahmen dieser Videoreihe werden wir Ihnen die nächsten Tage jeweils einige Musterfragen inklusive Lösungen und Erläuterung auf unserem YouTube-Kanal Businessfragen hochladen. Für das heutige Video habe ich 5 Musterfragen vorbereitet. Starten wir dementsprechend vielleicht gleich rein in die Musterfrage 1. Wenn wir uns die erste Musterfrage ansehen, so bezieht sich diese auf die Bedürfnisse. Die Aufgabenstellung lautet Bedürfnisse können einerseits nach ihrer Dringlichkeit und andererseits nach der Art der Befriedigung unterteilt werden. Welche der nachfolgenden Einteilungen bezieht sich auf die Dringlichkeit? Lösungsmöglichkeit 1 Existenz, Luxus und Kollektivbedürfnisse Lösungsvariante 2 Luxus, Kultur und Individualbedürfnisse Variante 3 oder Lösungsvorschlag 3 Kollektiv, Existenz und Kulturbedürfnisse Lösungsvorschlag 4 Existenz, Kultur und Individualbedürfnisse bzw. Lösungsvorschlag 5 Existenz, Kultur und Luxusbedürfnisse Wenn Sie jetzt diese Aufgabe zuerst einmal selbst lösen möchten, dann drücken Sie bitte auf den Pausebutton und wenn Sie eine Lösung gefunden haben, dann einfach wieder auf Play dann finden Sie auch die Lösung. Wir werden jetzt gleich wieder weitergehen mit der Lösung. Hierfür müssen wir uns zuerst einmal ansehen, wie erfolgt die Unterteilung der jeweiligen Bedürfnisse. Und wenn wir uns hier jetzt anschauen, so können die Bedürfnisse nach der Dringlichkeit und andererseits nach der Art der Befriedigung unterteilt werden. Und wenn wir uns die Bedürfnisse nach der Dringlichkeit ansehen, so finden wir Existenzbedürfnisse, Kulturbedürfnisse und Luxusbedürfnisse in dieser Unterteilung. Und im Unterschied dazu haben wir dann noch die Bedürfnisse nach der Art der Befriedigung und hier unterscheiden wir zwischen Individualbedürfnissen und Kollektivbedürfnissen. Und wenn Sie dieses Wissen haben, dann können Sie hier jetzt zur Beantwortung dieser Frage nach dem Ausschließungskriterium vorgehen. Wenn wir hier, also die Frage bezieht sich ja hier auf die Bedürfnisse nach der Dringlichkeit und dementsprechend können wir jetzt nochmal ausschließen. Kollektivbedürfnisse, wissen wir, Bedürfnisse nach Art der Befriedigung, also somit falsch. Individualbedürfnisse, fällt ebenfalls in die Einteilung oder in die Unterteilung nach der Art der Befriedigung. Dementsprechend ist Antwort 2 auch falsch. Auch hier bei 3 finden wir die Kollektivbedürfnisse wieder, welche zur Art der Befriedigung gehören. Und ebenfalls bei 4 finden wir wiederum die Individualbedürfnisse vor, welche ebenfalls wieder zur Art der Befriedigung gehören. Und wenn Sie jetzt hier so vorgehen, dann bleibt letztendlich nur mehr die Antwort 5 über. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit unserem Wissen, Bedürfnisse nach der Dringlichkeit, Existenz, Kultur und Luxusbedürfnisse. Und dementsprechend wäre dann eben die richtige Antwort auf diese Musterfrage, Antwort 5, Existenz, Kultur und Luxusbedürfnisse. Ja, gehen wir weiter zur Frage 2. Die Frage 2 bezieht sich auf den Käufermarkt. Der Markt für Kleidung ist ein Käufermarkt. Welche der nachfolgenden Aussagen ist richtig? Das Angebot übersteigt die Nachfrage. Der Verkäufer ist in einer stärkeren Position. Das Angebot und die Nachfrage sind gleich. Der Käufer ist in einer unterlegenen Position. Beziehungsweise die Nachfrage übersteigt das Angebot. Auch hier an dieser Stelle, wenn Sie zuerst wieder mal selber lösen möchten, dann bitte einfach wieder den Pause-Button drücken. Um das Ganze zu lösen, müssen Sie letztendlich mal wissen, was steckt überhaupt hinter einem Käufermarkt, beziehungsweise hinter Käufermärkte. Käufermärkte stellen das Gegenstück zu den Verkäufermärkten dar und zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass das Angebot die Nachfrage übersteigt. Und aufgrund dieser Tatsache spielt eben auf einem Käufermarkt der Absatz sowie das Marketing die entscheidende Rolle. Und wenn wir uns dieses Wissen jetzt versuchen umzulegen auf diese Frage 2, dann sehen wir eben hier schon, dass die Antwort 1 richtig ist. Also das Angebot übersteigt die Nachfrage. Der Verkäufer ist in einer stärkeren Position, ist in diesem Fall auch falsch, weil eben hier das Angebot höher ist als die Nachfrage, ist eben der Käufer in einer höheren Position oder in einer stärkeren Position und nicht der Verkäufer. Angebot und Nachfrage sind gleich, ist ebenfalls falsch, weil wir ja wissen, das Angebot ist höher als die Nachfrage. Der Käufer ist in einer unterlegenen Position. Auch diese Antwort ist falsch, weil hier der Käufer in einer stärkeren Position ist und nicht in einer unterlegenen. Und ebenfalls 5 ist ebenfalls falsch, weil eben dieses Angebot die Nachfrage übersteigt und nicht umgedreht. Also wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, dann würden wir von einem sogenannten Verkäufermarkt sprechen. Ja, und dementsprechend richtige Antwort 1. Das Angebot übersteigt die Nachfrage bei einem Käufermarkt. Ja, gehen wir dann noch weiter zur dritten Frage. Die dritte Frage bezieht sich auf die Gewinnverteilung beziehungsweise auf die Berechnung der Gewinnanteile. Auch an dieser Stelle dann wieder, bevor wir einsteigen, wenn Sie die Aufgabe mal selbst lösen möchten, zuerst vielleicht einfach wieder auf den Pause-Button drücken und dann zur Lösung einfach wieder auf Play. Die Aufgabenstellung lautet, die Gewinnverteilung der Businessfragen GmbH ist nicht gesondert geregelt, sondern erfolgt nach der gesetzlichen Regelung. Die Businessfragen GmbH erwirtschaftete im Jahre 2021 einen Gewinn in Höhe von 95.000 Euro. Ermitteln Sie den Gewinnanteil für 2021 für den Gesellschafter Daniel Neurauter. Als Zusatzangabe haben wir hier auch noch die Geschäftsanteile dargestellt. Daniel Neurauter hat 250.000 Geschäftsanteile, Philipp Neurauter 350.000 und Lukas Neurauter 200.000. Um hier jetzt den Gewinnanteil von Daniel Neurauter zu berechnen, müssen wir zuerst einmal im ersten Schritt alle Geschäftsanteile summieren. Das heißt, wir müssen die 250.000 vom Daniel und die 350.000 vom Philipp sowie die 200.000 vom Lukas einmal summieren. Und wenn wir diese zusammenzählen, kommen wir in Summe auf Geschäftsanteile von 800.000 Euro. Und damit wir dann in weiterer Folge eben den Gewinnanteil von Daniel berechnen können, müssen wir zuerst einmal ausrechnen, wie viel vom Gewinn bekommt ein Geschäftsanteil. Und deswegen müssen wir die 95.000 Euro Gewinn durch die Summe aller Geschäftsanteile dividieren. Und so kommen wir dann auf den Euro-Wert pro Geschäftsanteil vom Gewinn. Das heißt, pro Geschäftsanteil werden 0,11875 Euro an Gewinn zugeteilt. Und wenn wir dann abschließend noch wissen wollen, wie hoch der Gewinnanteil von Daniel Neurauter ist, dann müssen wir die 0,11875 mit den 250.000 Euro Geschäftsanteile multiplizieren. Und daraus ergibt sich dann ein Gewinnanteil für den Daniel Neurauter in Höhe von 29.000 Euro 687,50 Euro. Und dementsprechend wäre die Antwort dann, Gesellschafter A, Daniel Neurauter, bekommt 29.687,50 Euro vom erwirtschafteten Gewinn. Ja, soviel zur Frage 3. Gehen wir dann noch weiter zur Frage 4. Die Frage 4 lautet, Philipp Neurauter hat am 01.01.2022 seine Ausbildung bei der Businessfragen GmbH begonnen und befindet sich noch in der Probezeit. Die Dauer der Ausbildung beträgt drei Jahre. Bestimmen Sie den spätesten Zeitpunkt, an dem die Probezeit nach gesetzlicher Regelung endet. Also auch zum Selbstlösen hier jetzt bitte wieder den Pause-Button drücken und zur Lösung dann einfach wieder auf Play. Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zuerst einmal die gesetzliche Regelung bezüglich der Probezeit für Auszubildende kennen. Und hierzu benötigen wir das Berufsbildungsgesetz § 20. Und wenn wir uns hier eben einen Auszug aus diesem Berufsbildungsgesetz ansehen, dann steht dort drinnen, das Berufsausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. Sie muss mindestens einen Monat und darf höchstens vier Monate betragen. Und nachdem hier jetzt die Frage nach dem spätesten Zeitpunkt ist, müssen wir vom Dienstbeginn, das war der 1.1., vier Monate hinzuzählen. Und wenn wir dann sagen, 1.1., also Jänner, Februar, März, April, dann haben wir vier Monate, das heißt, wir haben Ende April, das heißt, die Probezeit endet spätestens am 30. April 2022. Ja, und somit sind wir dann auch schon wieder bei der letzten Frage von diesem Video angelangt. Und zwar, Daniel Neurauter hat seine Abschlussprüfung leider nicht bestanden. Welche der nachfolgenden Aussagen stimmt? Daniel darf die Abschlussprüfung nicht wiederholen. Daniel darf die Abschlussprüfung einmal wiederholen. Daniel darf die Abschlussprüfung zweimal wiederholen. Daniel darf die Abschlussprüfung dreimal wiederholen. Oder Daniel darf die Abschlussprüfung viermal wiederholen. Und auch hier müssen wir wieder die gesetzliche Regelung wissen. Und hierzu habe ich Ihnen einen Auszug der IHK München mitgebracht. Eine nicht bestandene Prüfung kann zweimal frühestens zum nächsten Prüfungstermin wiederholt werden. Sollte die Abschlussprüfung zum dritten Mal nicht bestanden werden, ist eine nochmalige Prüfung nicht möglich. Die Gesamtprüfung gilt demnach als nicht bestanden. Ja, und wenn Sie dann eben wieder diesen Hinweis wissen, beziehungsweise dieses Wissen anwenden zur Beantwortung dieser Frage, somit wäre dann richtig die Antwort 3. Daniel darf die Abschlussprüfung zweimal wiederholen. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Und wenn Sie mehrere Musterfragen sehen möchten, beziehungsweise von uns erläutert haben möchten, dann besuchen Sie doch einfach unser nächstes Video Wieso Musterfragen 6 bis 10 inklusive Lösungen und Erläuterungen.